Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Kann mir bitte jemand sagen, was da los ist? Also, ist das eine Parade? Ist das eine Parade für Raupen? Was ist da los? Was ist das? Was? Hast du gewusst, dass eine Pistolenkugel auf dem Eis strahlen lässt? Hier ist es, da ist es still spinning. Komm her, hurry, hurry, hurry. Es ist still spinning. Awesome! Es ist still going. Es ist so cool. Und vorgestern hat der FC Winterthur 2-1 gegen Lausanne gewonnen. Ich weiss, das ist zwei Tage her, aber das ist mir doch scheissegal. Und so sieht dein Kopf aus, wenn du zu viel scharfe Momo-Sauce gegessen hast. Aber zurück zum Thema. Das ist ein Leier-Schwanz und er macht alle Geräusche nach, die er gehört. Oh, das ist ein Mann. Und hier haben wir einen eurasischen Wendehals. Wenn sie von einem Raubtier gefangen werden, machen sie ihren Körper ganz schmal und fangen sich an zu bewegen wie Schlangen. Damit der Fänger Schiss bekommt. Dieser Typ macht einen Heiratsantrag mit Hilfe von seinem Auto. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.